Christian, inwieweit, hier, grüß dich mein Lieber, inwieweit erwartest du einen anderen Kampf als den ersten Kampf und was glaubst du, wird anders laufen oder wirst du wieder in der Lage sein, mental deinen Gegner zu brechen? Das ist ein neuer Kampf, ein neuer Gegner und ich weiß, was ich zu tun habe und das werde ich morgen umsetzen im Kampf, im Ring und ja, ich erwarte auf jeden Fall, dass er mit Druck kommen wird und ja, aber kann kommen, ich bin bereit. Schön. Und inwieweit, zweite Frage, inwieweit spielt dein letzter Kampf, der so gelaufen ist, wie er gelaufen ist? Das ist mir scheißegal, Vergangenheit, Vergangenheit kannst du nicht, das ist Vergangenheit, da brauchst du dir keinen Kopf machen, ist so. Wir sind im Hier und Jetzt, hier zählt es, jetzt zählt es, nicht was war, nicht was morgen sein wird oder übermorgen, es zählt im Hier und Jetzt, nichts anderes. Danke. Danke. Letzte Frage, was glaubst du, wie weit sind wir entfernt von einem Superfight, Megafight, Oktagon, es gibt andere große deutsche Namen, Islam, Islam, Dulatov, Christian Ekale. Ich bin hier jetzt, um gegen Robert Pukac zu kämpfen und nichts anderes. Punkt. Fertig raus. Vielen, vielen Dank, Christian. Danke.